Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid, der Phantom Pain. Ich habe in der letzten Folge, oder wir haben in der letzten Folge Episode 12, also sprich die 12. Abmission geschafft. Und ich habe auch hier einfach mal nur kurz eine Pause gemacht. Schauen wir mal, ob da nämlich jetzt irgendein Video kommt oder so. Kann man sich ja nicht sicher sein. Okay. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Weil ich würde jetzt wieder zurück zur Mother Base fliegen, mich dort ein bisschen umschauen, sprich vielleicht wird das eine kürzere Folge, oder wir machen wieder eine Nebenmission noch dazu. Darauf jetzt auch mal gleich hinauslaufen. So. Was haben wir hier? Hört viel vor, Sissen? Genau. Warum hast du mich? Was habe ich gemacht? Ich bin auf deinem Seite. Was ist mit ihm? Miller war in Kontakt mit Cypher neun Jahre vorhin. Er hat mit ihnen gearbeitet. Er ist der Traitor-Sneig? Was ist das? Mehr die Wahrheit? Nein. Mehr die Wahrheit. Oh, bitte. Bitte bleiben Sie hier. Ich brauche Schutz. Oh. 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 Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Except you. Oh. 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 Oh Oww Hmm Hmm He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. That Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RNA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Mhm Mhm Gut Ein Emblem erhalten Was mir diese Embleme wohl bringen Gut Es gibt hier Unruhestifter Was ich gelernt habe Ich habe nur keinen Plan woran ich diese Unruhestifter erkenne Okay Gut Wir sind zurück nach dem Motherface Gut Wir sind hier zurück Personalverteilung Personalverteilung Hier Schaumbürm auch mal Gut An Wie Woran erkenne ich Unruhe Schifte? Ich habe leider keinen Plan, woran ich nicht Unruhe schiefte erkenne. Ja, ich habe keine Ahnung. Herausforderungsaufgabe. Gut, wir gehen an. Kassetten. Da haben wir jetzt ganz viel. Afrika heute. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen eine dritte Partei abschneiden uns bevor die Prüfung des Nukes rauskommen. Und wer besser so machen als eine Organisation mit internationalen Autorität? Also, die Wahrheit ist, du hast es für dich zu agree, eine Inspektion von der UN-Union. Nur die Inspektion war eine Runde. Und Cypher-Strike-Force, XOF, gab es statt. Ich habe keine Ahnung, das würde passieren. Enough Bullshit! Oh, sicher. Wie ich hätte wissen können. Ich habe nur versucht, unsere Innocen zu zeigen. Wie ist das? Wir sind nicht interessiert in den Entschuldigungen, die du erwartest hast. Die Wahrheit ist objektiv. Ich sehe es aus meiner Sicht. Wie ist das? Du legst XOF in der Kontrolltower. Sie hat es geschlossen. Sie hat es geschlossen. Sie hat es geschlossen. Sie hat es geschlossen. Über die Basis. Einmal später, sie hat C-4 auf den Struttlegungen. Jeder, der hat sich überleben, hat sich über die Assault-Forts und ihre Choppers geschlossen. Du kannst nicht glauben, dass ich das auf das Ziel gemacht habe. Das war das Ende der Basis. Aber es war nicht das Ende für dich. Wie kannst du... Schau mal. Ich habe etwas verloren. Ich habe Zeke gebaut, und es wurde in der Wasser buried. Ich bin eine Verzüge. Das ergibt die großen Fragen. Warum bist du derjenige Einwanderung? Du bist weg ohne einen Schrauch. Warum hat Strangelove verlassen die Basis auf der Ehe des Inspektion? Du zwei waren sehr nahe. Strangelove? Und wie hast du das zu bauen, was über die Zeke überprüftet hat? Weil du alles gemacht hast. Du bist derjenige Einwanderung. Du bist nicht verletzt. Das ist die Wahrheit. Ich habe mich verletzt, gegen meine Wille. Skullface hat mich zu machen, seine Forschung in den letzten neigen Jahren. Er hat mich benutzt. Ich habe neige Jahre. Neige Jahre? Wir haben alle neige Jahre. Es war nicht nur du. Ich glaube, dass ich mich verletzt, macht dich besser fühlen. Aber wer wird mir zurückgebracht? Du bist nicht zurückgebracht. Du bist nicht eine Verletzung hier, Emmerich. Du bist die Verletzung. Ich wusste nichts. Ich wusste nichts. Ich wusste nichts. Du bist in der Kontrolltower. Du bist in der Kontrolltower mit ihnen. Glückwunsch. Du bist. Das ist so, dass du wegschraubst. Und du schraubst auf einer ihrer Choppers. Du bist. Du bist. Bevor die Basis ging. Sie haben mich verletzt. Der ganze Zeit. Ich habe nie so Angst. Der ganze Flugzeug. Ich dachte, sie würde mich töten. Aber ich denke, dass du mich verletzt. Meine comrades. All the way. Und? Es war eine Flugzeuge. Dann haben wir durch die Straße. Wenn sie endlich auf die Verletzung genommen haben, ich war in einer gewährung. Auf dem Boden. Afghanistan. Es war das Forschungslager. Ich kann mich nicht glauben, dass sie mich in der Mitte der Welt genommen haben. Und schnell, er kam. Skullface. Er ist derjenige, der wirklich hinter dem Angriff der Mutterbase. Er hat mich verletzt in diese Forschung. Welche Forschung? Er hat mir gesagt, dass ich ein Bipedal-Walking-Tank für die Sowjetunion. Wie Peace Walker. Ein System, das könnte eine ICBM-Klasse-Nuclear-Walking-Tank für eine ICBM-Klasse-Nuclear-Walking. Das ist wie das Sohalanthropus-Projekt begann. Sohalanthropus. 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 Das hört auch auf. Wahrscheinlich haben wir uns drei oder vier angehört. Tut mir leid. Ja, ziemlich sicher sogar. Hubschrauber-Treffen. Scroll, scroll, scroll. Was wir machen, ist noch eine Nebenmission. Also. Das ist Pequon. Auf Station bei LZ. Drei. Das ist Pequon, auf Station bei LZ. So. Gut. Entschuldigung. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. So fierce. He's the one who destroyed your base nine years ago. We used to be in the middle, I don't. XOF with Cypher's strike force. But he's since split from zero and used XOF to serve control over Cypher itself. In other words, the Cypher... Ja. Wir probieren die Minenräumung. Kann ja nicht zu schwer sein. Wie das jetzt sicher höllisch schwer ist. ... ... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut Be careful down there, boss Be careful down there, boss Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. Perfekt. Dann hätten wir auch diese Nebenmission erledigt. Somit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge überlegen wir uns, was wir dann tun. Ob wir nicht vielleicht, ob wir noch eine weitere Nebenmission machen oder ob wir vielleicht wieder eine Hauptmission machen. Ja, das überlegen wir uns noch. Gut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und vorbeigern.